Natürlich besser leben Mimon Wohnen und Schlemmen wie im Mittelalter. Von außen betrachtet erinnert das Vier-Sterne-Hotel San Gabriele in Rosenheim an ein jahrhundertealtes italienisches Kloster. Hinter dieser mittelalterlichen Traumkulisse verbirgt sich ein Konzept, das immer noch seinesgleichen sucht. Ein wahrer Geheimtipp, der Gäste aus aller Welt in die Innenstadt lockt. Im San Gabriele fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt, denn die Architektur versprüht mittelalterlichen Charme. In jedem einzelnen Zimmer wird die Liebe zum historischen Detail offensichtlich. Handgefertigte Holzmöbel, Sprossenfenster und Badelandschaften aus Glas. Doch auch auf modernsten technischen Komfort muss der Gast in San Gabriele nicht verzichten. Mit der San Gabriele Architektur haben wir für unsere Gäste eine Oase geschaffen. Aber natürlich könnten wir nicht beeinflussen das Wasser oder Strom, Elektrosmog. Dafür kommt Memon-Technologie in Frage. Das ist einfach die perfekte Symbiosung. Schon länger war Inhaber Mario Matara auf der Suche nach einer ganzheitlichen Lösung für ein positives Wohlbefinden. Nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Mitarbeiter. Seit Memon bei uns installiert ist, fühlen sich alle Mitarbeiter viel ausgeglichener, motivierter. Wir haben ein viel angenehmeres Raumklima. Alle trinken mehr Wasser, da das Wasser einfach bekömmlicher, weicher, natürlicher ist. Die Ausgeglichenheit legt sich auf alle Mitarbeiter nieder. Es ist einfach viel angenehmer als vorher. Ein natürliches und gesundes Umfeld für mehr Wohlbefinden und Vitalität im Hotel San Gabriele. Ich finde, dass der Kaffee schmeckt besser. Die Speisen schmecken harmonischer. Gäste berichten, sie haben einen ruhigeren Schlaf. Sie schlafen durchgehender. Ich persönlich kann von unserer persönlichen Erfahrung sagen, die Haut von unserer Morellina ist etwas geschmeidiger geworden. Sie hat immer trockene Haut gehabt. Und jetzt fühlt sich alles viel harmonischer. Es ist einfach besser geworden. Speis und Trank in mittelalterlicher Atmosphäre werden im angegliederten Restaurant Il Convento serviert. Italienische Küche vom Feinsten und Erstklassige Weine gibt es hier an gemütlichen Tischen und in romantischen Ecken. Das San Gabriele und Memon. Eine Partnerschaft im Einklang zwischen Mensch und Natur. Natürlich besser leben. Memon Das Sanfaced im im Einklang mit einer Maschine ist es hier anfang der kleine Spiegel des Prinzen. Untertitel deredor